die Koch Buddies. Herzlich Willkommen wieder bei uns in der Buddy Küche. Heute machen wir eine leckere Beilage. Nichts weltbewegendes, aber trotzdem immer mal cool. Sieht mal anders aus. Und zwar machen wir heute ein Kartoffelkürbispüree. Kürbispüree. Ja, was brauchen wir dazu? Kartoffeln und Püree. Und einen Kürbis. Und einen Kürbis. Mit Butter, Salz, Pfeffer. So kann ich auch noch mal was sagen. Eine schöne Geschichte. Und zwar gab es in den späten 80er Jahren, 90er Jahren den Herrn Roggendorf. Das war der erste Sternekoch in Berlin und der hat ein Püree gemacht, auf das er den Stern bekommen hat. Und das war ein Teil Kartoffeln und die Hälfte von dem Teil, sagen wir haben ein Kilo Kartoffeln, kommen 500 Gramm Butter ran. Und das ist ein geiles Rezept. Und das machen wir jetzt mal nach. Kartoffeln sind fertig. So, jetzt machen wir den Kürbis. Und zwar den Schniepel ab. Die Schale vom Ocaido kann man mitessen. Ihr wisst ja sicherlich, ihr wisst ja sowieso Bescheid. Was erzähl ich überhaupt. Das Kerngehäuser müssen wir ausnehmen. Die machen wir das am besten mit einem Löffel. Easy peasy. Hier Schublade. Und dann schält man das schön mit einem Löffel raus. Und dann hat man den wunderbaren Kürbis. Der ist richtig lecker. Der riecht gut. Und dann schneiden wir das alles schön in Würfel. Und dann wird das gekocht und dann machen wir Püree raus. Und das hat eine schöne Farbe. Sieht toll aus. Wird euch gefallen. So, und jetzt einfach gleich große Stücke schneiden. Die Kartoffeln auch, naja, wie ihr wollt. Auf jeden Fall kommt Kartoffeln und Kürbis zusammen. Wird aufgekocht. Und wenn es weich ist, wird es püriert. Schön mit Butter. Abgeschmeckt. Salz, Pfeffer. Und dann ist es ein super schönes leckeres Kartoffelpüree. Mal was anderes als immer nur Kartoffeln. Und sieht auch schöner aus, weil es eine schöne gelbe Farbe hat. Jo, was darf nicht vergessen. Und was darf man? Was darf man? Na, was darf man? Püree nicht vergessen? Genau, das Salz. So, es reicht. Ja, es reicht. Gut. Deckel rauf, 20 Minuten. Fertig. So, 20 Minuten sind um. Kartoffeln sind weich. Der sowieso. Schön mit Schale. So, und dann gießen wir jetzt das Wasser ab. Wichtig bei Püree ist immer die Hitze. Es muss immer schön heiß sein, die Kartoffel. Damit man schönes Püree hinkriegt. So, jetzt kommt hier ein ordentliches Stück Butter ran. Wir sprachen hier drüber. Kurz mal unterheben, dass die Butter flüssig wird. So, die lassen wir jetzt erstmal hier ein bisschen flüssig werden. Mein Schneebesen hat den Geist aufgegeben. Und deswegen habe ich jetzt den elektrischen Schneebesen. Und damit machen wir jetzt ein richtig schönes Püree. So, was wir nicht vergessen dürfen, ist frisch geriebener Muskat. Ja. Salz, dürfen wir auch nicht vergessen. Lecker, lecker. Und etwas Pfebe. Lege Pfebe. So, fein nicht für die scharfe Schnauze. So, und dann ist eigentlich das Püree auch fertig. So, wenn euch auch das Video gefallen hat, leiden nicht vergessen, abonnieren und weiterempfehlen und kommentieren. Wir freuen uns. Ich hoffe, euch schmeckt auch das Püree. Macht das mal nach. Sieht auch viel schöner aus auf dem Teller, weil es einfach eine schöne orange Farbe hat und es ist mal was anderes. Ihr könnt es auch noch mit Kräutern verfeinern oder mit einer scharf angebratenen Aubergine. Oder ihr macht da Nüsse auf an Kräuter. Könnt ihr euch austoben. Das ist eine schöne Grundbasis, ein schönes Kartoffelpüree. Vielen Dank und bis zum nächsten Video. Danke.